ARD Text im Auftrag von Funk Da ist ein Auto, was raucht auf 22 Grad Ja, sehe ich Merkt die Umgebung, schaut, dass ihr irgendwas seht Okay, ein Infanterist Richtung, äh, was ist das? 350 ungefähr, Entfernung 200 bei den Steinen Okay, sichert den Raum oben Sicher, wir bleiben hier Wir halten erstmal die Position Ich muss sowieso kurz erholen Okay, Sichtkontakt, Richtung 120 Grad, Entfernung 100 Meter Da geht eine Taschenlampe regelmäßig an und aus Ja, okay, ich weiß, ich weiß, wo es ist Das ist eine Taschenlampe über 40 Kilometer Die Taschenlampe ад Da geht aus der Nähe Dra Damn Da ist es Peninsula Das habe ich gemacht, ja, ja, damit wir was sehen. Okay, versuch ihn wieder zu überleben. Ich weiß von wo es herkommt. Doch, hier ist ein bisschen, was ist denn das? Ich sehe nur eine Lampe. Das sind unsere. Okay, wir machen Licht an. Ich habe mich umentschieden. Das ist ja echt ein Scheiß hier. Leuchte mich mal kurz an, bitte. Danke. Wir sind gerade hier. Hier. Sorry. Was? Ja, aber es ist gut. So sehe ich das. Das sah aber, wenn du gerade raus hast, als hätte meine Waffe voll, weil Tier 1-Pace ist. So. Okay. Ich habe die mal auf der Kamera gemacht. Da habe ich mich abreaktiert. Sehr gut. Tut mir leid wegen vorhin. Äh, ja, tut mir leid. Ich bin ein bisschen... Alles gut. ...weißer gewesen. Nein, wir beide waren emotional aufgeladen, weil das hier eine stressige Situation ist. Das stresse ich nicht. Also für mich ist das schwarz. Ja, für mich ist das einfach purer Stress. Ey, da vorne ist Rauch. Erstens führe ich nicht gerne und zwar... Wo? Da war gerade Rauch auf 48 Grad. Ich sehe nichts. Oder in der Richtung. Ich sehe nichts. Alles sauber da oben? Na ja. Ja. Alles klar. Gut, habe ich markiert auf der Karte. Dann kurz auf die Karte gucken. Wir gehen jetzt da hin. Normal, bitte. Ich habe gerade nicht gesehen. Ich markiere. Ah, da. Okay. Gut. Also jetzt von hier aus Richtung 1, 2, 8, 1 geht. Au. Feinde, 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 feinde. Licht aus, Licht aus, Licht aus. Äh, feinde, feinde, feinde. Okay, stopfen. Stopfen. Stopfen! Stopfen! Ich sehe feinde, ich sehe nicht viel, dass ich mit dem Tor... Achso, wenn du Feind siehst, dann Feuer frei natürlich. Direkt auf 225 bis 30. Die sind dort links an der Mauer. Feuer frei! Da, wo ich hinbehe, ist an der Mauer. Ja, ich hau da gleich eine Granate hin. Oder auch nicht. Ich bin hart getroffen. Ich bin hart getroffen, Jungs. Jetzt. Irgendwer noch bei mir? Ja, hier. Ja, Sunny, wäre war cool. Irgendwie. Ich versuch's. Rechter Arm, hat's erwischt. Mach ich. Das war's. Und die Torse blutet noch, oder? Und Bein, Alter. Ich bin voll im Arsch. Oh, oh, oh! Er bewegt sich immer. Was du gerade? Ich mach jetzt Bein. Teilt los, rechtlich. wir sind ja schon vor dabei machst du weiter bei er bin dann bin dran hier rechts neben uns liegt ein tote bein ist erstmal dicht gut dann muss ich schon mal gucken wegen monty monty hat's erwischt wir brauchen hier oben linken medic was machst du ich mach grad nen kopf das war hier rechts von uns weint noch einer macht das bein nun kommen die noch zu den bringen bringen wir durch den bringen wir durch erst mal alles verbinden ok ist frei moment ok alle licht aus ich mag hier kurz die gebäude die wir gesichert haben so dann geht wir jetzt genau da wäre jetzt das nächste wo wir hingehen der bunker direkt vor uns ja genau und rechts daneben müsste auch noch ein kleines gebäude steht ach ja ok dann bist du in den bunker die kommt soll licht aus gebäude frei ja ok kann mich mal kurz einer anleuchten danke so wir sind noch mal bitte weil dann sehe ich was auf der karte alles klar und was macht der bunker du bist erkältet kann das sein ich bin ja ich bin eigentlich krank aber man hört es ist klar ist markiert auf der karte dann gehen wir jetzt weiter von hier aus richtung 60 grad ungefähr also wir gehen jetzt praktisch an der mauer die ganzen gebäude mal ab monti führt licht aus und weiter das ist ein leuchtturm er ist ein leuchtturm ok sichert mal die beiden container hier ane einer ist glaube ich zersprengt dann sichert mal den container hier vorne ich sehe schon du rennst praktisch licht aus der geht mir langsam auf den sack dieser scheiß heli ok licht wieder an einer sichert das container gebäude einer macht den kleinen container hier hier mit uns große ich sage es euch so Gesichert? Gefunden? Gefunden? Code merken? 30 Sekunden Okay Du bleibst hier Wir sichern das Gebäude Haben wir den Code? Ja Warten Zeit erstmal, denk dran Sagen wir das weiter? Ne, wir schießen gleich 5 mal in die Luft Lass doch erstmal warten Nicht, dass der Feind hier unsere Wir sollen uns doch nur ein Lobby senden Wir werden gleich 5 mal in die Luft schießen und unserer Führung das mitteilen Hast du doch den Code aufgeschrieben Der lädt doch runter Und jetzt Alle Ruhe Warum sind immer Wartenzeit 30 Sekunden? Wer lädt noch? Ich Ich nicht Kann einer die offenen Luken zumachen? Ja mach ich Mach die Tür schieben Und steht draußen vor der Tür Super Das war so nicht geplant So Leute Wir müssen genauer den Code mitteilen Jaja Ihr habt den Code? Ich kann ja noch keinen Code herstellen Wenn er keine Datenverbindung kriegt Ok, warte mal Immer 30 Sekunden warten Wenn das das Skript ist, was ich kenne, dann Hochladendaten steht da Ja, hat er bei mir auch gemacht Ja, ja Es gibt ein Skript tatsächlich, das ich kenne Und das funktioniert auf Zufall Ich hab noch ne Vasa Zeit Ich hab noch ne Vasa Zeit Einer noch die Treppe beachten Ich hab die Treppe im Auge Ich hab die Treppe im Auge Wer quatscht hier? Der dauert es noch? Naja, muss nochmal Ich geh aufs Dach Lass mal Licht aus Ja, die kommt Ja, die kommt Ja, die hat nicht mehr, oder? Ihr seid nicht mehr in meinem Trupp, oder was? Doch Oh, Verbindung wird hergestellt Ah, sehr gut Transfer beginnt Warte, warte, warte Ich hab nen Stift Und nen Zettel Ja, mach grad, dass Datenvolumen sind Was? 100.000 MB? What? Ich hab auch nen Stiftparad Ein Gigabyte, das geht ja schnell Weil, wir laden hier mit 64 Kabel drunter Okay Ich werd schon mal Das kurze Signal geben, damit wir wissen, dass wir es haben Also wir haben jetzt, äh Hat einer nicht von euch angemacht? Äh, ich kurz, ja, ja Lass mal aus am besten Ja, ich geh jetzt kurz nach oben Schieß fünfmal in die Luft Warte noch, bis wir den Code haben Ah, okay, gut Wie viel Prozent hast du? Ich bin jetzt von 20.000 bei 3.800 Okay Lass Licht aus am besten Habe ich schon, hab ich ausgemacht, ja Irgendwas ist schon an, okay Ne, ist der Helikopter, der uns überfliegt Oder der Leuchtturm Erste Leuchtturm Erste Leuchtturm Und der Leuchtturm, ja 5.000 Von? Was hast du gesagt? 30? 20.000 Ah, scheiße Ja gut, aber okay Ungefähr 25 Sekunden pro Pro Viertel Also, Respekt für diese Funkverbindung Okay, ich muss kurz pinkeln, das hilft allen nix Ich bin so verwehrter Du bist da auch, aber ich kann nicht weg Ja, tut mir leid, ich, ich, äh Ja, das Problem ist halt, wenn die jetzt hier, wenn die Hosen da kommen Ich mach mich mal fleißer Ja, einen runterdrehen, ne Wie lang noch? Ich hör dich noch Wie lang noch? 9.500 11.000 Wollen wir denen wirklich Bescheid geben? Wenn wir den Code haben, gehen wir den Laumi, damit wir das nicht gewinnen, Alter Wir werden nicht noch verlieren, weil wir das irgendwie jedem unseren Teammates mitteilen müssen Hast du das nicht gehört? Hast du das gehört? Hast du das gehört? Was? Wir treiben Laumi den Code einfach Wie ist denn der? Ne, ne, wir müssen, ne, habt ihr noch nicht Müssen wir nicht oben zur Abgabezone? Ähm, wir schießen gleich erstmal fünf, gib mir erstmal den Code Ja, schieß noch nicht Die Abgabezone Ja, war das nicht oben diese Drop-Off-Zone da oben? Ne, wir müssen erstmal zu unserem Trupp zurück Nein, ich schreib erstmal Laumi, was wir machen, wenn wir den Code haben Genau, gute Idee Dann schreib ich mal ganz kurz Jetzt sag mir doch mal diesen verkackten Code Ich hab ihn noch nicht Achso! Ich dachte, du hättest ihn schon Nein, den spielten muss auf dem Laptop Gut, ich mag, ich sag jetzt Bescheid, dass wir das haben Warte mal, warte mal, Maute Okay Aber das Pinkeln war echt nötig Pss, 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 pss Oh, wir nähern uns der kritischen Zone Pss, 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 pss Habe ich Stopp, ich hab Stimmen gehört Und wir müssen zur Drop-Off-Zone Okay, wie ist denn der verkackte Code? Ich hab ihn Achso, hast du aufgeschrieben, ja? Ich hab ihn aufgeschrieben Gut, dann sag mir auch, falls es sich erwischt Nein, nein Doch, die wirst du mir jetzt mitteilen Nein Erst verlassen wir die Zone hier, ich möchte die nicht hier mitteilen Okay, gut Und los, wir gehen wieder zurück Nicht, dass der Ruski hier ist Wir gehen wieder, ja, hast recht Wir gehen wieder zurück zum Bunker Nein, warum denn? Lass doch die Zone ein bisschen verlassen Nein, wir gehen jetzt Hallo, wir sind ein Team Ja, aber die können doch nachziehen Ja, gib mal den Code auch auf mich weiter Ich hab ihn noch gar nicht weitergegeben, weil nicht, dass hier irgendwo ein Ruski in der Nähe ist Ja, wenn du stirbst, ist das für den Arsch Eins Zwei Drei Vier Fünf So, jetzt gehen wir zurück zum Bunker What the fuck Das ist Wahnsinns Ich muss mich versorgen Und sie ist entwechselt, dass das Wahnsinns ist Ich bin Ein loyaler Marine Ich auch, aber die können nachziehen Die können die denken Ich hab aber keinen Warte mal, hab ich noch Hab ich noch Warte mal Ich hab noch Oh, ne weiße Flair Wir können weiter Äh Wie ist denn der Code jetzt? Hast du das so schreit? Äh Nein, wir gehen jetzt zurück zum Bunker, verflucht Hast du was? Ich hab's ja rauslaufen Hallo? Eins geht? Eins geht? Eins geht? Oh, was muss man los? Ja Ja Ich fand ich sehr gut Da vorne sind Ich hab' Bewegung, Bewegung, Bewegung Ist hier nicht unser Turm? Das ist unser Turm Sprinten! Ihr Team Ruhl Wir Alpha 1 am Start Warte mal Oh, die Antwort nicht Wir haben den Code Alter Donner, Junge Donner hab ich gesagt Blitz, Blitz, Blitz Baldi, wo ist Baldi? Er ist nicht hier Ja? Ihr habt euch grad gegenseitig geschossen, ne? Wir haben überhaupt gar nicht geschossen Nein, die anderen haben auf euch geschossen Okay, wir bleiben jetzt hier Bis die anderen wieder sind Licht aus! Wie Licht aus? Dann seh ich nix! Ist mir völlig egal! Foxy ist aber nicht! Wo ist denn der Trupp jetzt? Sag mal, ist Foxy down? Ja, Foxy ist down und Lutz ist auch down Fuck Ich bin länger Ach man Wir müssen zur Drop aufsuchen, ne? Okay, gut, wo ist denn die? Wie können wir die denn jetzt zurückrufen? Hier Ach, da oben? Ja, 1,6 Kilometer Aber hast du gesagt, warum rennen wir hier nochmal rein? Ach, alter Vater Ey, okay, gut Wollen wir ein Buddy-Team machen und einfach rausrennen? Ja, wir rennen jetzt raus Äh, hier wer ist? Ja, eigentlich ist ja die Doctrine Leave no man behind Aber das ignorieren wir heute Ähm Wir haben keinen Funk, kein nix Ihr bleibt hier, ihr sichert den Punkt hier Und ich bin hier durch die falsche Tür gelaufen Eins, zwei, drei Blitz, 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 blitz Wir haben den Code Go apart Ich liebe den Monty Ich liebe den Los Hol mir die anderen Leute Äh, bist du alleine? Was? Bist du alleine? Ja, die anderen kommen gleich Ah, okay Lass mit Foxy los Äh, Foxy ist am Boden Und, ah, okay Wir müssten jetzt die beiden hier mitnehmen und sichern Foxy ist wirklich tot? Und? Pro? Ah, scheiße Jetzt klingelt zu einer Tür Ey, ich bin gleich wieder da Ohne Blutzugabe kriegst du den nicht wieder Sein Blinkarm ist quasi weg Äh, gut, wir nehmen den trotzdem mit Wir lassen niemanden da Äh, Erik stabilisieren Hau ein bisschen Zeug von dem weg Dann tragen wir die einfach nach Hause Ja, sehe ich auch so Äh Lass die, lass da denen die, äh Die, Maske noch Okay, ich nehm, äh, ich nehm Foxy und danach auch mal ab Ich kann leider keinen tragen, weil ich Beinbruch hab Okay, ähm Ja, lass davon irgendjemanden tragen, der laufen kann Such dir noch jemanden Äh, muss hier raus Muss hier schnell raus Monty, kannst du jemanden tragen? Ich kann, ja Äh, warte, warte, warte Meine Intention ist mal Drei Leute kriegen den Code Also zwei noch Damit, falls wir nicht alle durchkommen Okay So Ja, sehe ich auch so Hat mir irgendjemand zugehört? Ja, wir haben noch ein paar Leute, die nicht laufen können Äh, okay BALDI Kannst du nicht laufen? Kannst du laufen? BALDI Ja, ich kann halt Komm mal hoch hier Ja, ja, das ist kein Problem Was los Also Wir sollten im Code noch weiteren zwei Leuten geben Damit, falls wir wirklich aufgemischt werden Der Code auf jeden Fall dahin kommt, wo er hin muss Wieso sagen wir ihn nicht einfach rein? Wir gehen nach unten Wir gehen nach unten erstmal Ja, ich seh nichts Komm Außen sammeln erstmal Erstmal außen sammeln Ja So, ich nehm dich mit Danke Aber ich bin dann aufgegangen Komm, jetzt müssen wir uns beeilen Also überlebst du jetzt? Wer kann nicht mehr sprinten? Beziehungsweise laufen? Äh, ich hab... Okay, wir haben Foxy verloren, scheiße Kann mir mal jemand leuchten hier? Ich seh nichts Schau, warte mal los, ich bin nach Hause jetzt Ja, ich auch Hallo Ja, bin hier Monty, warte Mach mal kurz Licht Du hör auf zu heulen Du lachst in die falsche Richtung, komm her Ja, ich seh überhaupt gar nichts Hier in die Richtung Warte, warte mal, das Licht Ja, 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 ja Folge mir Folge mir Ja, ja, ja Ah, dieser blöde Bunker im Dunkeln ist ja echt die Hölle Ja, 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 ja Oh fuck, hier geht's runter, gut Hier? Ja, ja, komm her, komm her, komm her, komm her Hier, los Rechts, rechts, ja Warte, jetzt, jetzt zieh ich nichts mehr Ja, hier, hier, hier Warte, wo ist... Ah, der R, alles klar Ja, okay, weiter geht's Hier rum, hier rum Scheiße Hier rum Ja, 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 ja Okay, bleib hier, stopp Jetzt ein bisschen, rechts ein bisschen Ja, 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 ja Hier raus Hier raus Ah, okay, alles klar, danke Leute, nicht so unkoordiniert Mach jetzt mal hinten in den Ross raus hier Okay, einer mit einer Taschenlampe vor Und los geht's Wir müssen zu diesen, äh, Extraction Point Gib, gib den Code eben noch an zwei Leuten weiter Haben wir doch Achso, haben wir schon Gut Okay, Bewegung Monty läuft Ist das schnell? Ja, äh, kommt gleich, äh, die müsste gleich auftauchen, die Route Da hinten alles gut bei mir? Bei mir? Ein Passagier Ja, Monty ist hier Mach letzten Mann Mach letzten Mann, also falls jemand umfällt Ja, alles gut Wir holen hier alle mit raus Geht's raus, ne? Geht's raus, ne? Geht's raus, ne? Das Credo der Ranger Leave no man behind Was? Mein Bein ist auch auf der Seite So, da vorne müsste jetzt gleich eine Linie Da vorne müsste jetzt gleich eine Linie auftauchen Die gehen wir lang Und dann halt wenigstens mein Bein so, dass du das Blut ablässt Ich hänge an der Mauer fest Hier ist eine Mauer, aufpassen, weiter, weiter, weiter Da taucht denn hier auf der Stelle? Der hat mein Kopf schon mal dagegen gehauen Ja, ja, auf dem GPS Jetzt rechtzeitig von uns Linie rechtzeitig, da gehen wir lang Okay, wir haben's gleich geschafft, wir sind gleich raus Ja, ja, von wegen Da wollen wir noch ein Dau oder so? Wenn wir euch nicht hier rausbringen könnten Aua, mein Bein blutet Mein Kopf Halt die Fresse! Für 1,5 Schildzahler haben wir keine Zeit Der ist schwer Ja, ist auch zauber, wenn den mal gesehen hat Das tut weh Halt die Fresse! Der ist ohne Rüstung genauso fett wie Nein Das tut so weh Nee Halt mal auf zu labern! Wir müssen jetzt ein bisschen konzentrierter sein Au Hier, äh Voll Zauber mit Kalt Schildschild Ja, ja, ja Äh Durchsgarten Den 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 Der Monty ist hier? Hallo? Hier rum. Hier rum. Wo ist hier? Hier. Links. Baldi. Ja. Gut. Wir folgen. Siehst du noch, oder? Ja, ich sehe dich. Ja, ja. Gut. Zauber nochmal den Code. 3485. 2485. Gut. Habe ich mir auch geschrieben. Drei. 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 Alter, weiter. 塊SCREEN Chris resilient. Ok. Drei, vier, acht, fünf. Okay und Los geht's. Wir sind schon am Strand. Bist du noch bei mir? Jaja, ich bin noch da. Prima. Ich hoffe ich habe den Code von Allsoldaten so richtig verstanden, weil er hat den Top gemacht. Taube wollte schon immer mal bei dir auf den Schultern liegen. Normalerweise habe ich das dagegen, aber so ein Rest da eben. Leute, legt die Leute ab, erst mal dekontaminieren, dekontaminiert euch alle. Wie geht das? Okay, schnell, schnell, schnell irgendwie in Deckung gehen, ohne Lampenmaus. Steine Lampen aus, Dicke. So, bin dekontaminiert, de, dekontaminiert. Lampen aus, Lampen aus. Irgendwer hat noch an. Hast du dekontaminiert? Ja. Dann gehts jetzt weiter. Hedi ist weg. Wo ist denn jetzt meine Leiche? Ach da. Diese vielen Lichter gefallen mir nicht. Lutz, ich hab dich. Dich lass ich nicht, äh, ich hab dich heute einmal angeschossen, dich nehm ich mit. Also, da hast du, da kommst du nicht mehr drum. Jetzt hab ich die falsche Taste gehört. Nein. Interaktion. Trage. Ne, ne, ich trage. Warte. 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 Hier rum. Sind die anderen? Ja, ich seh dich, ich seh dich. Oh, fuck. Oh, fuck. Taube. Das ist die Contrimination. Brothers in Arms, Taube. Ich lass dich nicht zurück, ey. Wir gehen jetzt. Ne, ich, ich sammel den jetzt ein und dann geht's weiter. Hab mich schon. Leave no man behind. Haben wir noch jemanden, der getragen werden muss? Ja, ich trag schon einen. Okay, weiter geht's, komm. Achso, ich seh grad nix. Ich lauf jetzt den Namen Lia hinterher. Ja, ich lauf jetzt den Namen Monty hinterher. Passt! Wenn's Monty verläuft, ey. Ja, glücklicherweise haben wir diesen scheiß Leuchtturm zwischendurch mal. Lia, du bist zu schnell! Ich will euch ja eh nur... Jaja, wenn du weiter als 10 oder 12 Meter weg bist, seh ich deine Lampe nicht mehr. Okay, Mädels, kommt. Wir haben's wieder ausfallen. D-d-d-d... Habt ihr den Code noch oder was? Ja, ja, haben wir ja. Da hab ich schon drin. Wo müssen wir eigentlich hin? Äh, Richtung Leuchtturm. Okay, Richtung Leuchtturm. Ich lauf da rückwärts hin. Ja, ich, ich sag dir schon, wenn du... Ne, sag ich nicht, weil du blendest mich ein bisschen. Ja, lauf, 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 lauf. That's my team. Ich sag dir, wenn du rennen wolltest. Sprinte einfach immer so 10, 15 Meter vor, dann ist alles gut. Okay, ich hab euch einen Blick. Ja, ich seh dich. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich seh dich. Perfekt. Ja, so ist es perfekt. Weiter. Ich hab auch eine Linie ins GPS gezeichnet, also der einfach folgen. Falls du eins hast. Äh. Okay. Soll ich dir meins geben? Äh. Okay. Weiter. Weiter, 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 weiter. Es wird schon schief gehen. Ich weiß nicht. Äh, warte mal. Ich kurz halt. Ich guck mal kurz auf die Karte. Äh, wir müssen... Da ist der... Wo ist denn der scheiß Leuchtturm? Ach genau, wir müssen direkt zum Leuchtturm. Ja, ja. Ja? Ja, ja, ich glaub, wir müssen direkt zum Leuchtturm. Ich hab dummerweise keine Taschenlampe für die Karte mitgenommen, aber ich glaub, das ist der Leuchtturm. Das ist jedes Mal Leuchtturm übrigens, ja. Stopp! Wo? Ja, stopp. Ich seh nichts mehr. Da ist ein Lkw grad runtergekommen. Kommt! Weiter, weiter, weiter. Ja, super schön. Ja, ja. Und denkt an die Rundum-Sicherung. Ja. Ja, also der, der noch eine Waffe hat, äh, der, der sichert ein bisschen rundum. Also... Was meinst du, was ich versuche? Ja, machst du ja schon ganz gut. Es muss ja nur ein einziger von uns durchkommen. Du bist ja voll. Ich muss nur ein... Wir müssen alle durchkommen. Mann! Ich glaube, wir haben gewonnen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Schau dir nicht.